Unser Eulenherz schlägt heute mit Kian Schwarzer, der Nummer 22 der Eulen, präsentiert von der GAG. Kian, Hausaufgabe gegen Potsdam, schwerer geht es nicht, oder? Ja, Tabellenführer und denke mal auch eine sehr super Mannschaft, eine junge Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir daheim im Jahr 2024 ungeschlagen bleiben. Wir haben drei Spiele in Folge gewonnen, jetzt ein ganz stolzer Auswärtssieg. Wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft? Ja, ich glaube, wir haben viel in der Wintersaison gearbeitet, in der Wintervorbereitung. Und da müssen wir halt weiter anknüpfen, auch jetzt daheim gegen Potsdam. Du warst auf dem Platz, dann gab es ja sieben Meter, dann hast du deinen Freund Schaller reingeholt. Kurzer Entscheidungsweg, oder? Ja, wir machen es im Moment gerade so, wie wir uns fühlen. Und dadurch, dass Tim halt sehr gut im Moment da drin ist, will ich da ihn nicht unterbrechen. Und wenn er dann halt sagt, okay, ich soll werfen, dann gehe ich da hin. Aber wir machen das ganz schnell und kurzfristig dann aus. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön.